Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 173, heute mit der Review zu WWE Backlash 2018. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir da ist, wie so oft bei WWE Pay-Per-Views, der Ulrich Steppberger von der M-Games. Schönen guten Tag. Guten Tag. So, der aktuelle Pay-Per-View von WWE nach dem Greatest Rumble, nach WrestleMania. Da kommt dann Backlash, traditionell wissen wir ja, hat ja nicht gerade das beste Feedback bekommen, da werden wir gleich mal drüber sprechen, was da so alles passiert ist. Vorher natürlich noch erstmal hier das gute alte Housekeeping, also sprich, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr erreicht uns natürlich über Facebook, Twitter, Instagram. Wenn ihr uns Fragen schicken möchtet, fragen.headlock.de ist da die zentrale E-Mail-Adresse. Es gibt headlock.de, unsere Website. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, gibt es natürlich unser Patreon-Format, sprich patreon.com.headlock.de. Da haben wir dann für unsere Unterstützer exklusive Inhalte, das Match of the Week, das kommt jeden Sonntag. Dann haben wir Call-Up, unser Interview-Format und natürlich die Helden aus der zweiten Reihe. Ganz aktuell, da besprechen Shaggy und ich die Karriere von Cassius Ono, also Chris Hero und auch da. Das ist, glaube ich, ganz interessant auch für Leute, die sich so ein bisschen im Independent Wrestling auskennen. Natürlich gibt es dann auch ein paar Specials obendrauf und noch ein bisschen Spaß nebenbei. Also, wer da ein bisschen mehr von uns hören möchte, der ist da genau richtig. Und inzwischen ist die Dollar-Kursie auch so gut, dass man da gut einsteigen kann. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir da einfach gleich über zu Backlash. Fand in der Nacht von Sonntag auf Montag natürlich statt. Und ja, war der erste Cross-Branded-Pay-Per-View. Wurde immer ja mit einem wirklich guten Trailer beworben, wie ich fand. Also mit einem schönen, poppigen Song mit den ganzen Stars, die da mitgesungen haben. Ulrich, du hast mir immer live geschaut, oder? Ich habe, wie immer, live geschaut. Ich muss sagen, den Trailer habe ich zu meinem Live-Lesen inzwischen oft genug gesehen. Ich finde, das Gute im Trailer ist das Segment mit Carmella. Dieses Lip-Sinken, das hält sich sehr in Grenzen. Meine Begeisterung, das Lied war okay. Also, ich habe live geschaut, ja, und ich hätte gerne meine Zeit wieder zurück, primär. Aber außerdem, auch hier kurz vorgreifend, ich hoffe, dass das jetzt kein Zeichen ist, wie es in Zukunft weitergeht mit den Pay-Per-Views, weil dann wird es ziemlich düster, meiner Meinung nach. Ja, also ich habe mich auch schon besser unterhalten gefühlt bei einem Pay-Per-View. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich halt auch durch dieses Bombardement von Events zuletzt und von Ereignissen bei WWE, mir war das auch ehrlich gesagt alles ein bisschen viel. Ich hatte schon auf den Greatest Rumble nicht so richtig Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Da nicht nur aufgrund der Kart, sondern halt auch aufgrund der ganzen Umstände. Das haben mir dann zum Glück Kai und David zum Beispiel hier übernommen, weil ich einfach gesagt habe, ich habe den, glaube ich, so eine Woche danach und dann so in drei Stückchen gesehen. Und jetzt auch bei Backlash war ich nicht sonderlich motiviert, weil ich finde, dass Backlash einfach dem Shake-Up und dem Greatest Rumble ever, nicht mehr, irgendwie da zum Opfer gefallen ist. Also ich fand, das war so ein Zwischentür- und Angel-Event. Und das hat man dann eben bei ganz vielen Matches auch gespürt, dass man da nicht so richtig einen Plan hat. Ich finde, man hat mental keine richtige Idee, wie es mit ganz vielen Charakteren irgendwie weitergehen soll. Und obwohl eigentlich so viel passiert, tritt man auf der Stelle, was eigentlich so ein totaler Widerspruch ist. Und teilweise tritt man ja noch irgendwie so nach hinten. Das ist ganz, ganz merkwürdig gerade. Aber lass uns mal so ein bisschen, also um uns mal zu erklären, wie ich den Event gesehen habe. Ich hatte ja am Wochenende genug mit WXW und Tapen und Superstars of Wrestling und so zu tun. Und ich habe dann am Montag, habe ich dann quasi, ja, eine, ich glaube, die ersten zwei Matches geschaut. Dann habe ich für die Kollegen von der M-Games, also für den Ulrich quasi, einen Artikel geschrieben und habe den abgegeben. Dann bin ich zu WXW gefahren und habe dann gestern Abend dann noch, also wir nehmen diesen Podcast am Dienstag auf, habe dann gestern Abend den nächsten Teil geguckt und dann danach noch mal den nächsten Teil, weil ich auch irgendwie auf halber Strecke dann auch natürlich noch eingeschlafen bin. Was auch nicht gerade für die Qualität dieses Events spricht, weil zum Beispiel nach dem Opener hätte ich gerne weiter, also wirklich intensiv weiter geschaut. Das war mir dann verwehrt, weil ich arbeiten musste. Also es ist momentan ein bisschen verquer, aber lass uns trotzdem mal die Karte so ein bisschen durchgehen. Ich schiebe noch kurz ein, ich habe ja den Greatest Royal Rumble tatsächlich live angeschaut. Da ging es ja mal ganz gut, weil er um sechste losging. Also da hatte er seine Eigenheiten, auf die sich er im Podcast eingegangen wurde, ausführlich. Ich habe ihn jetzt nicht im Kopf, aber natürlich die Kulisse war schon eher nicht einer Wrestling-Atmosphäre zuträglich. Aber insgesamt hat er mich gut unterhalten und man sieht halt doch einen Rumble. Man sollte das Format Rumble nicht tot featuren, aber es hat halt doch gut geholfen. Und insgesamt war, ich fühle mich rückblickend von dem Greatest Royal Rumble, obwohl er noch sehr viel länger war und eigentlich natürlich eher zu lang als zu kurz, deutlich besser unterhalten von dem, was ich mir jetzt hier vor ein paar Tagen in der Nacht angetan habe. Ja, also ich habe nach dem ersten Match den anderen geschrieben so, mein Gott, allein der Opener ist besser als alles, was wir beim Greatest Rumble gesehen haben. Das könnte sogar stimmen, ja. Also, aber ich gebe dir recht, natürlich der Royal Rumble an sich, da aus Saudi-Arabien, der war halt wieder unterhaltsam, auch wenn da jetzt nichts Weltbewegendes passiert ist, aber dieses Format funktioniert halt immer im Wrestling. Und ich kann dir nicht genau sagen, wieso, aber du hast immer eine gewisse Erwartungshaltung, immer eine Spannungshaltung. Und ja, das war jetzt eben bei Backlash, ging da die Erwartungshaltung und auch die Spannung ging ja relativ schnell in den Keller. Aber lass uns trotzdem mal so ein bisschen durch die, ja, erstmal durch die Kick-Off-Show springen und danach dann durch die eigentliche Kart. Ja, in der Kick-Off-Show gab es eigentlich, ist nicht wunderbar, wie viel zu berichten. Ich habe, also außer dem Match, habe ich mich dann nur durchgesprungen. Ja, schon nichts verpasst. Also die Kombination, die ja war, Booker T, Peter Rosenberg und David Otanga, das ist zweieinhalb Dramen und einen, ich meine, wenn Otanga nur dran sitzt und seinen Ruhm versprüht, so ungefähr, dann ist er ja ganz okay. Und René Young, okay. Aber Booker T hält man halt einfach nicht mehr aus meiner Meinung nach. Und Peter Rosenberg, inzwischen bin ich ein großer Sam Roberts-Fan geworden, sagen wir es so. Das ist schlimm genug, aber wenn der redet, da habe ich den Eindruck, der interessiert sich wenigstens für sein Thema und nicht nur für sich. Aber gut, also die hat man nicht gebraucht. Und leider war ja auch nur ein Match dann in der Kick-Off-Show, was natürlich jetzt nicht so unüblich ist, aber angesichts des Rests der Kart und der unfassbar viele Leute, die gar nicht dabei waren, wäre da wenigstens ein Match, ein Tag-Match zum Beispiel, ganz nett gewesen. Aber gab es halt nicht. Die Cruiserweights waren ja auch nicht bei, aber gut, da überraschte ich ja weniger. Ja, also es war eigentlich dann nur eben das eine Match, wie du schon gesagt hast natürlich. Also Bayley traf da auf Ruby Riott. Und auch da, also das ist jetzt kein Match, an das man sich länger erinnert, außer die zehn Minuten, die es da wirklich gedauert hat. Ruby Riott hat dann relativ überraschend für mich eigentlich gewonnen. Es wurde aber dann auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte erzählt mit dieser Nackenverletzung von Bayley, die so offensichtlich irritiert hat und so. Damit konnte ich leben. Ich finde, dieser Kampf hat jetzt keinem wehgetan. Es hat aber auch jetzt den Bayley-Charakter, finde ich, eigentlich wieder so ein bisschen zurückgesetzt. Ich weiß nicht, man hat diese Fede mit Sascha, die schwelt zwar noch so ein bisschen, aber man hat sie auch nicht richtig weitergeführt. Hier passierte in die Richtung gar nichts. Ich finde das ein bisschen schade. Ansonsten war der Kampf in Ordnung. Ja, ich fand, für den Kick-Off-Show-Match war es auf jeden Fall einmal frei. Hat funktioniert. Ich bin jetzt auch nicht der größte Ruby Riott-Fan, aber die, also sie kann was, sie macht's vernünftig, aber sie spricht mich halt nur begrenzt an. Völlig überraschend, so oberflächlich, wie ich bin. Ha! Bayley war irgendwie ein bisschen lustlos, lieblos, ein bisschen schlampig, das Ganze. Ich meine, man könnte das ja rechtfertigen, weil sie sich ja vorher mit Sascha noch mal gezofft hat. Aber auch, und die hat man ja auch zwei-, dreimal gesehen, wie sie beim Match zusieht, aber sonst nichts macht. Also Bayley habe ich, Bayley hat sich für mich ja schon länger ein bisschen überlebt. Ich finde sie einfach nicht interessant. Und so gesehen war das Match an sich schon gut. Ich meine, jetzt sind ja auch, Riot Squad ist ja jetzt quasi allein. Die sind ja jetzt einmalig, in Anführungszeichen, weil ja der Absolution-Klon, andersrum sind sie ja nicht mehr, aber Absolution gibt's ja nimmer. Ergo sind die jetzt der einzige Stable, der so agiert, sag ich jetzt mal. Ja, wobei, wer weiß, ob es bei SmackDown nicht auch noch war. Ja gut, also jedenfalls, ich fand's gut. Das Eingreifen war auch nicht zu doof, zu krass irgendwas. Und als, als, also es war, so belanglos es war, es war besser als vieles, was danach noch kommen sollte. Das ist eigentlich auch schon traurig genug, finde ich. Aber, also es war ein guter Einstieg. Und so haben halt die Frauen drei Matches gehabt statt zwei. Genau, das kann man halt so machen, als Einstieg in den, in die Kick-Off-Show, dann auch als Einstieg in den Pay-Per-View. Das hat niemandem wehgetan. Ja, aber eigentlich mit dem richtigen Match of the Night startete dann ja auch eigentlich auch der Event, nämlich dann mit dem Kampf um den WWE Intercontinental Championship zwischen Champion Seth Rollins und The Miz. Und eigentlich ist es total absurd, dass das das Match des Abends gewesen ist. Nicht, weil die Leute hier, die da dran beteiligt waren, dass die nichts könnten. Aber eigentlich sind das ja zwei Wrestler von unterschiedlichen Brands und eigentlich hat niemand erwartet, dass hier The Miz in irgendeiner Weise eine Chance hat. Ich hab auch gedacht, das wird so ein Mid-Card-Match, weißt du, so zehn Minuten, schwupp, ganz solide und dann sind wir glücklich so ungefähr. Aber die beiden haben hier ein echtes Feuerwerk abgerissen. Und ich war tatsächlich irgendwann an dem Punkt, also spätestens nach dem zweiten Skull-Crushing-Finale, dass ich geglaubt habe, dass hier der Titel wechseln kann, dass The Miz gewinnen kann. Und das, finde ich, haben die beiden wirklich ganz, ganz herausragend gemacht. Das war ein fantastisches, fantastisches Match. Absolut Match des Abends bei Backlash. Und wahrscheinlich auch eines der besten WWE-Matches, was wir seit Ewigkeiten im Singles-Bereich gesehen haben. Also Ulrich, wie hast du hier den Kampf gesehen? Ja, ich stimme dem voll zu. Es war ein tolles, schön lang, also schön lang, lang und nicht langweilig. Viel los, viel hin und her. Eben auch, wie du sagst, den Eindruck, dass man sich, sie werden es nicht machen. Aber es könnte doch sein, es würde sich jetzt nicht verkehrt anfühlen, wenn ein Miz doch gewinnen würde. Und auch mir kam auch vor, dass Rollins mal so richtig Bock hatte, jetzt mal wieder was abzuziehen. So quasi, wir zeigen es allen. Nicht, dass er sonst irgendwie groß schlammt, aber da haben sich zwei gefunden, die prima zusammenpassen. Und es ist eigentlich schade, dass es das jetzt auf Ewigkeiten wieder nicht mehr geben wird. Oder Ewigkeiten länger wohl nicht geben wird. Das hat einfach, da hat alles gepasst. Das war ein Top-Match. Besser kann man. Ich meine, oft sind ja jetzt bei den, so rückblickend fällt mir schon auf, dass bei Pay-Per-Views oft die ersten ein, zwei Matches richtig gut sind. Und dann immer, dann fällt es immer ab. Es waren aber meistens, oft dann auch wiederum Tag-Matches. Wenn halt New Day oder die Usos oder irgendjemand. Und hier war es mal ein Singles-Match, das wirklich super funktioniert hat. Also es war, war toll. Und dann denkt man sich, guter Auftakt. Ja, genau das. Man muss auch mal dazu sagen, also hier war auch das Publikum natürlich voll drin. Also du hast gemerkt, die Leute, die waren am Anfang also so mittelinteressiert. Die haben sich so auf Seth Rollins natürlich gefreut. Aber ich fand, dass das, ja, die haben, also die beiden hier im Ring, die haben da wirklich das Beste draus gemacht. Und die Leute hatten dann wirklich richtig Bock auf den Kampf. Und du hast gemerkt, dass die mitfiebern, dass sie mit jedem Nierfau so, oh nein. Und das, die beiden haben es hier geschafft, das Publikum komplett in ihrer Hand zu halten. Und natürlich dann am Ende mit dem, mit dem Stomp von, äh, von Seth Rollins, ist er dann als Sieger da aus dem Ring hervorgegangen. Das war ein ganz, ganz erstklassiges Match. Ganz im Ernst, wenn man Backlash bis jetzt noch nicht gesehen hat, sollte man sich zumindest diesen Kampf anschauen. Und danach, wenn man ganz, ganz viel Zeit hat. Ja, man kann auch vorspulen zu dem Promo, auf den wir dann auch noch kommen. Aber auch das ist schon traurig, wenn man sowas sagen muss. Aber, na gut. Ja. Also, wie gesagt, ich hatte nach diesem Kampf richtig, richtig Bock auf den Event und hab mir dann noch den zweiten Kampf angeschaut, der mich dann wiederum, ja, nicht ganz so abgeholt hat, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken. Da ging es mich dann um die, äh, WWE Raw Women's Championship, zwischen Champion Nia Jax und Alexa Bliss. Hu, ich hatte schon bei WrestleMania so meine Probleme mit diesem Aufeinandertreffen. Und ich fand das Match hier auch jetzt nicht wirklich besser in irgendeiner Form. Ich meine, das sind beides keine grandiosen Wrestlerinnen. Also machen wir uns da auch nichts vor, so gern ich Alexa Bliss habe. Ich finde, dass Alexa Bliss ihre größte Stärke am Mikrofon hat, so im Ring, kann sie abliefern, aber dafür muss sie die passende Partnerin haben. Ja. Das ist, Nia Jax definitiv nicht. So. Und da war viel Hängen und Würgen dabei. Da waren ein paar okaye Aktionen dabei, aber ich werde mit dieser Geschichte, die beiden mir erzählen wollen, ich werde damit nicht warm. Ich finde das, es sind einfach verkehrte Rollen hier. Also Ulrich, wie hast du hier die ganze Geschichte gesehen? Ja, es ist im Endeffekt das gleiche Problem von WrestleMania. Dieses Match kann funktionieren. Auch der Ausgang ist ja eigentlich schlüssig. Riesenviech macht kleine Mücke platt. Fertig. Ist so. Aber es hat viel zu lange wieder gedauert. Das war jetzt noch länger wie bei WrestleMania. Und eigentlich, Alexa Bliss ist zu klein, zu schmächtig gegen diesen Koloss, ohne jetzt böse sein zu wollen. Aber Nia Jax ist jetzt drei-, vierfache von ihr, um wirklich, egal wie sie es versuchen zu glauben, die könnte gewinnen gegen die. Deswegen muss das eigentlich ein schnelles Match sein. Wenn es schneller rumgewiesen wäre, dann funktioniert das besser. Hätte vielleicht sich natürlich mit der Botschaft, die man hinten nachverkünden wollte, ja unbedingt wieder gebissen. Ich sehe auch hier so eigentlich, wieso war Mickie James eigentlich nicht dabei? Dann hätte man die wenigstens, ich sage mal, dazutun können. Und dann hätte die irgendwie Unruhe stiften können. Dann hätte Nia Jax wieder ausknocken können. Hätte halt einfach ein bisschen mehr Substanz neigebracht. So war es das Gleiche wieder. Wir haben den Ausgang, wie gesagt, ich halte den Ausgang an sich für schlüssig, weil er halt einfach gegen diese körperliche Übermacht eine noch so hinterfotzige Alexa Bliss nichts anderes ausrichten kann. Eigentlich, sollte man meinen, kann man auch sagen, dazu ist er halt einfach ein bisschen zu, zu schmächtig. Aber ist halt nicht. Und was natürlich dann diese Botschaft hinten nach, dieser unerträglich, aufträgliche Holzhammer-Promo, ja Bullys sind scheiße und sei du selbst, dann wirst du dich verwirklichen. Eine Nia Jax erzählt das stundenlang. Außerdem, wie andere Leute sagen, ja das stimmt schon, sei ja noch ein Cousin von The Rock, dann funktioniert es vielleicht auch. Und was mich bei Nia Jax auch ist furchtbar oberflächlich, ich gebe es zu, aber auch ihre Outfit-Änderung, ihre Aussehensänderung, die hat ja, wie sie nur als Monster-Heel aufgeschlagen ist, hat sie ja doch irgendwie so Braids im Haar gehabt auf der einen Seite und irgendwie aggressiver, düsterer, aber auch jetzt, was macht denn die da gerade? Will die unbedingt blonde Haare haben? Also ich finde, die Haare sind furchtbar, wie gesagt, irgendwo oberflächlich und alles, aber dieses sehr blonde, sehr blondiert, also nicht strohblond offensichtlich, aber ich finde, die Haare sind viel zu hell, das passt auch überhaupt nicht zu ihr. Das sieht komisch aus und irritiert mich. Soll es ja doch softer wirken oder es sieht eher aus, als ob sich jemand in den Bleichmittel vergriffen hätte irgendwo, aber ... Bleichmittel, haha. Ja. Tja, ich kann nichts dafür, wenn du so heißt. Aber, nee, also das ist ein bisschen komisch und dann halt eben dieser Promo war Furcht. Also ich meine, die Botschaft geht ja auch okay, weil im Endeffekt haben sie die Geschichte erzählt, aber das war ja so lang und aufdringlich und ... Darf ich da mal ganz kurz rein, weil das ist, ich hab ... Kennst du noch diese alten He-Man-Serien? So? Mit der Public Service Announcement am Schluss. Genau das, wo dann auch He-Man dann sagt, Kinder, nehmt keine Drogen und überhaupt. Und das hat mich ganz massiv dran erinnert. Und außerdem ist diese Message halt nach wie vor total albern, wenn du vorher eine Naya Jax hast, die eine ausgenockte Alexa Bliss, die am Boden liegt, aufhebt und durch die Gegend wirft. So, also ich tu mich da extrem schwer mit und wie du schon gesagt hast, das ist der Holzhammer und ich komm mir da wirklich ... Sorry, ich weiß, dass das eine ernste Thematik ist und ich weiß, dass das natürlich ein Problem ist in unserer Gesellschaft, das ist mir alles vollkommen klar, aber ich find, mit der Art und Weise, glaub ich, bewirkst du einfach nur das komplette Gegenteil. Also damit überzeugst du doch keinen und klar gab's dann halt einen Pop irgendwie von ein paar Leuten, das ist ganz klar, weil natürlich ist es eine wichtige Botschaft, aber auf die Art und Weise fühl ich mich als erwachsener, mündiger Mensch einfach komplett verarscht. Sag ich dir mal ganz ehrlich, ich hab mir da gedacht, Leute, das könnt ihr auch jetzt nicht ernst meinen, dass ihr mir jetzt hier eine Moralpredigt am Ende haltet, nachdem die da grad die kleine Alexa vermöppt hat. So, wer ist denn jetzt ... Also, ich krieg da echt die Motten bei. Und das Problem ist ja, dass es auch eigentlich alles ist, überwiegend ... Ich mein, wer ist unser großer Naya Jax-Fan? Christian, glaub ich, gell? Ja, Chris ist ein extrem großer Naya Jax-Fan. Das ist ... Ich bin jetzt nicht so ultra-kritisch über ihre Fähigkeiten. Natürlich sieht man, dass sie nicht besonders gut ist und eher schlecht. Das hilft halt auch der ganzen Sache nicht weiter. Ich denk mir auch immer so, stell mir da eine Piper Niven hin, die halt auch anatomisch nicht wesentlich anders aussieht, aber halt dafür was kann und auch irgendwie was rüberbringt. Und die erzählt dann sowas. Die ist sicher früher auch verausklagt worden von den ganzen blöden kleinen Kindern. Aber der würde ich das halt eher abnehmen können und die hätte auch ... Ja, sie hätte eine andere Ausstrahlung. Ach ja, mal gucken. Wobei mir auch so ... Ich weiß ja auch gar nicht, wer jetzt bei Raw überhaupt rumrennt, mit dem sie als nächstes gekoppelt wird. Oh Gott. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt da. Also, insgesamt war das ... Das war wrestlerisch nicht besonders schön. Es war keine Vollkatastrophe, aber es war nicht besonders schön. Und von der Message her war es einfach wie immer mit dem Holzhammer. Und ich hab da massiv meine Probleme mit. Und da denk ich mir halt auch manchmal so, vielleicht bin ich einfach zu alt für die Geschichte. Und vielleicht sollte ich einfach wieder in den, weiß ich nicht, 14-jähriger Teenager-Modus zurückschalten in meinem Hirn. Aber das geht leider nicht mehr. Deswegen, ich fand diese Moral-Predigt am Ende fand ich ganz grauenhaft. Aber machst du nix? Das ist die Art und Weise, wie wir eben momentan ob sich ich Nia Jax platzieren möchte. Kann man probieren. Genau. Wobei hier natürlich auch noch auffällt, weil ja schließlich Alexa Bliss jetzt die letzten paar Raws ihre Public Service Announcements hat. Und die waren großartig. Die waren halt einfach auch so viel besser. Bös und fies natürlich, charakterpassend, aber die bringt sowas halt rüber. Und eine Nia, die halt so thront über dem Häufchen E-Line, die bringt es halt nicht rüber. Nee. Ach nee, das war nix. Wie gesagt, wrestlerisch passen die beiden nicht so wirklich zusammen. Da war viel Gewürge dazwischen und auch gerade dieses, teilweise auch so am Rande des Albernen, wenn dann eine Alexa Bliss, die glaube ich noch nie im Leben einen vernünftigen Front-Head-Log angesetzt hat, für uns irgendwie eine Guillotine anzusetzen. Das ist albern. Das sah nicht gut aus und das war wrestlerisch durchwachsen. Und von der Geschichte her noch durchwachsener und von der Moral am Ende noch ganz furchtbar einfach. Und da mache ich jetzt den Deckel drauf. Sonst rege ich mich einfach zu sehr auf. Und es gibt auch genug Momente, die man sich auflegen kann. Nächstes Match. Gibt es, ja, Jeff Hardy gegen Randy Orton um die WWE United States Championship. Ich habe mir, als ich diesen Kampf, als der anfing, habe ich mir gedacht, mein Gott, es ist das Jahr 2018 und wir sehen Jeff Hardy und Randy Orton noch mal gegeneinander. Und eigentlich war die beiden ja früher in der Lage, wirklich auch ein gutes Match miteinander zu bestreiten. Also wenn man da so zehn Jahre zurückgeht, das lief da schon zwischen den beiden. Hier war das irgendwie vom Aufbau her zu Mau. Zwei Babyface-Wrestling gegeneinander hat auch für mich hier überhaupt nicht funktioniert. Das war insgesamt, wie ich finde, ein solide gearbeitetes Match. Ein typisches Randy Orton-Match und auch auf der anderen Seite ein typisches Jeff Hardy-Match und am Ende dann mit einem relativ plötzlichen Finish, wo man immer eigentlich gewartet hat, so, kommt jetzt der RKO? Kommt jetzt der RKO? Stattdessen gab es dann den Twist of Fate und die Sandhorn-Bomb oder die Swanton-Bomb und dann war das Ding gelaufen. Auch da, das habe ich gesehen und direkt wieder vergessen, war aber wrestlerisch, wenn auch recht langsam, trotzdem okay. Ulrich, deine Meinung? Ich wollte auch da sagen, ich weiß, dass ich es gesehen habe, aber mir fällt nichts mehr zu ein, wirklich. Außer Randy Orton hat immer noch zu lange Haare. Da kann ich mich nicht so recht dran gewöhnen, dass er jetzt plötzlich Haare hat wieder. Du hast halt auch so einen Haarfetisch, oder? Nein, es ist halt ungewohnt. Nein, also Nia Jax, das fällt wirklich, das lenkt mich ab, dass sie jetzt plötzlich so, das erinnert mich ein bisschen an Jessica Alba in Fantastic Four im zweiten Teil, wo sie dann plötzlich nicht mehr helle Haare hatte, sondern wirklich schlampenblonde Haare und das sah ganz furchtbar aus. Das passt halt auch vom Teint einfach nicht her. Aber egal, nein, also dieses Match, es war, ich weiß, dass ich es nicht furchtbar fand, sonst wüsste ich wahrscheinlich noch mehr drüber, aber es ist schon, es ging irgendwie an mir vorbei, es war einfach, also, und eben, dass es nicht schnell war, das habe ich mir auch noch gemerkt. Aber, das, ja, also, in Relation, nachrückblickend, war es sicher eins der Besseren in der Hinsicht, weil es hat mich wenigstens nicht wirklich aufgeregt. Ja, also, wie gesagt, das war solide gearbeitet, das Match zwischen den beiden, Randy Orton, ähm, relativ dominant, äh, Jeff Hardy dann eben am Ende mit dem Comeback, wie gesagt, man hat die ganze Zeit immer gewartet, eigentlich, dass der RKO kommt, Jeff Hardy hat es immer abgewendet und dann hat er am Ende selber gekontert quasi. Ich muss übrigens sagen, ich habe Jeff Hardy letzte Woche, hat er ja gegen, gegen wen hat er da gewonnen gehabt? Weiß ich nicht. Im Royal Rumble war doch auch ein Titelmatch. Gegen Jinder Mahal, meinst du? Richtig, ja, ähm, das habe ich, äh, hinten nach, ich, eigentlich müsste ich ja WWE kommen, respektive den YouTube-Kanal eher mal aufpassen, da gibt es ja immer viele kleine Schnipselchen so behind the scenes oder nach den Shows und so, äh, da war dann, äh, das Interview mit Jeff Hardy, wo dann, äh, Woken Matt Hardy um die Ecke kommt, hinter ihm, und er dann, und Jeff so kurz irgendwie mitten im Interview in seinen Brother Nero-Tonfall verfällt und dann so sagt, ich habe eine Erfahrung und dann kommt halt Matt, sagt, Brother Nero, I am so happy in seinem komischen Tonfall und Jeff steht so daneben und denkt sich, oh, mein verrückter Bruder ist da, ich rede mal mit ihm so und tu so, als ob ich, als ob er ganz normal wäre, das fand ich unheimlich lustig, weil, also, ja, also in dem Rahmen sehr witzig, weil halt eben so, hier hast du den normalen Jeff Hardy, der ja so ist, wie er halt als Hardy-Boy war und da hast du den Wahnsinnigen und die unterhalten sich relativ quasi normal miteinander und das, und dann geht der so weg und dann der so, ja, tschüss, das war, also das fand ich, kann man, ist bei YouTube, glaube ich, bei der WWE, nachdem die ja nur jeden Tag 50 neue Videos hochstellen, muss man halt ein bisschen suchen danach, aber sowas finde ich witzig, das vermisse ich ja auch grundsätzlich jetzt inzwischen bei den Pay-Per-Views, dass so die Behind-the-Scenes-Sachen so zurückgefahren werden oder halt ausgelagert auf die sozialen Medien und fährt ein oder zwei pro Show und das sind dann meistens die, oder oft welche, die eigentlich gar nicht so interessant sind, aber gut, kann man nichts machen, aber also, ja, hier haben halt zwei Allstars, sag ich mal, die, also ich würde eher mir einen Jeff Hardy nochmal anschauen wollen als einen Randy Orton, weil Randy Orton jenseits des RKO einfach langweilig ist. Ja, das ist es halt. Und Jeff Hardy vermittelt auch noch ein bisschen so einen Eindruck, dass er noch gerne mehr zeigen könnte, als er vielleicht kann durch seine ganzen Eskabaden von früher, aber Randy Orton ist mehr so der Eindruck, der ist zufrieden mit dem, dass er eigentlich nichts macht, so ungefähr. Ja, wie gesagt, ich finde, die beiden haben ja relativ souverän ihren Stiefel runtergezogen, das Ding, ganz im Ernst, das Ding könntest du jetzt auch bei einer deutschen Natur zeigen, dann werden alle Leute glücklich, wenn sie das so sehen würden, so. Dann werden sie zufrieden. Für eine Pay-Per-View war mir das ein bisschen zu wenig, aber ich bin halt auch mal gespannt, wie sich jetzt ein Jeff Hardy entwickelt. Wir haben schon mal drüber gesprochen, also ich finde, dass er auch aus diesem alten Hardy-Boys-Gimmick wieder so ein bisschen rauskommen muss, wenn er jetzt schon wieder einzeln unterwegs ist. Ich finde, er müsste wieder, ja, vielleicht macht er so eine Metamorphose durch, vielleicht dann auch das alte Theme wieder, also nicht das Hardy-Boys-Theme, sondern das, was er dann danach gehabt hat bei seinem World Title Run, vielleicht auch wieder ein bisschen Gesichtsbemalung oder so. Ich glaube, dass er langsam aus diesem Nostalgia-Act raus muss, weil mich langweilt das auch langsam ein bisschen, obwohl ich Jeff Hardy auch echt gerne mag, wenn ich auch finde, dass er natürlich früher klar besser war und agiler war. Heutzutage nagt eben auch der Zahn der Zeit ein bisschen an ihm. Aber trotzdem ist er noch immer jemand, der mich unterhalten kann und der vor allem auch ein natürliches Charisma mitbringt, aber da muss in die Figur ein bisschen Bewegung rein und bei Randy Orton, wenn ich da sage, in die Figur muss Bewegung rein, dann ist das ja ein Widerspruch in sich eigentlich. Also deswegen, Randy Orton ist halt irgendwie da, der ist der laufende Internet-Meme mit seinem RKO und der darf hin und wieder mal ins Bild springen und Leute RKO'n. Dann sagt man wow und als Zuschauer, wenn man in der Halle ist, ist man auch glücklich, wenn er RKO zeigt, aber ansonsten, ich brauche den erstmal nicht mehr und vor allem auch nicht in dieser weichgespülten Babyface-Rolle. So, weiter geht's. Ja, dann gab's was sehr unterhaltsames. Dann gab's nämlich das Segment mit Elias, wo er mal wieder ein Konzert geben wollte, aber sehr oft unterbrochen worden ist. Ich weiß, die anderen lieben dieses Segment. Ich bin jetzt mal gespannt, was du dazu sagst, Ulrich. Wie fandst du das? Also in dem Moment hab ich mir gedacht, Elias ist eigentlich cool, aber wie es dann immer weiter und weiter und weiter ging, hab ich mir gedacht, Leute, das dauert eh schon alles, dass wir überziehen. Haben wir ja dann letzten Endes auch ordentlich. Fand's ein bisschen komisch, dass es zu lang war. Dann das Ende vom Segment war furchtbar langweilig, weil das hilft mir was, wenn ich beim Pay-Per-View und Setup für die nächste Raw-Fede sehe, so ungefähr. Und also Bobby Roode war hier fehl am Platz an diesem Segment. Der ganze Rest ist in seiner Seltsamheit war's dann also schon sehr unterhaltsam und rückblickend auch eins der besseren Geschichten dieses Pay-Per-Views. Es war, also ich meine, vor allem, dass es natürlich mit New Day anfängt. New Day finde ich im Ring immer noch unterhaltsam. Das Gimmick an sich reicht mir so richtig und seit sie die Pancakes dabei haben, noch viel mehr. Das ist mir einen Schritt zu doof. Ja, das stimmt. Aber dann, dass dann Rusev Day noch ausgerufen wird, war ganz nett. Aber dann halt auch, also No Way Jose fand ich am besten. Weil dem gönne ich es ja auch, dass er dann ein bisschen und natürlich die Conga-Line, wer da alles mit drinnen rumgegeiert ist, das war, dass dann die Fashion-Police da mit rumrennt. Hat eigentlich bloß gefehlt, dass Titus irgendwo gestolpert wäre, aber das hat er dann diesmal nicht geschafft. Also das war schon, es war total beknackt, aber irgendwie doch recht lustig und Elias macht einfach, wenn Elias bei irgendwas dabei ist, das hilft einfach, gefühlt. Nur halt eben, dass dann Bobby Roode plötzlich im Ring steht und ihn umhaut, das war, fühlt sich komisch an. Also wie auch anderswo, immer mal gesagt, Bobby Roode als Face ist ziemlich langweilig, als Heel hat er mehr Ausstrahlung. Das funktioniert natürlich nicht, solange es mit Elias zusammenkoppeln. Ja, es ist halt einfach so. Also ich fand auch das Segment in sich unterhaltsam. Ich fand am absurdesten, also klar war das alles absurd, aber für mich am absurdesten sah Big E aus, mit dieser Pauke vor seinem Bauch und diesen Rückenträgern, die aber offensichtlich nur für normale Menschen gebaut worden sind und nicht für ihn. Und das saß ja mehr oder weniger fast auf seinem Nacken irgendwie, weil er so einen riesigen Brustkorb hat, das ist dann eben dann nicht für professionelle Gewichtheber und Wrestler gemacht. Das fand ich sehr lustig. Ansonsten hast du es schon richtig gesagt. Da kam dann einer nach dem anderen raus, haben Elias unterbrochen. Das war schon witzig. Und Elias ist einfach ein Garant dafür, dass du ein gutes Segment hast. Der ist klasse und der hat auch das Publikum in seiner Hand. Der entwickelt sich zum Star, obwohl er gar nicht mal im Ring so großartig abliefert. Jetzt auch bei Raw, kleiner Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, da trifft er dann auf Bobby Roode, überraschend. Das war jetzt auch kein geiles Match oder so, aber das braucht Elias nicht, weil der einfach so viel natürliches Charisma mitbringt. Da ist man dann zufrieden mit dem Segment und dann akzeptiert man vielleicht auch, dass das Match vielleicht nur solide und nicht herausragend ist. Aber deswegen, also das war ein sehr, sehr unterhaltsames Segment, was einen dann, finde ich, auch wieder so ein bisschen aus der Liturgie rausgerissen hat, was dann ja ein Randy Orton hinterlassen hat so ein bisschen. Also das hat Spaß gemacht, das kann man so machen. Weiter ging es dann mit Daniel Bryan gegen Big Cass. Schon wieder so ein Bulli-Ding, oder? Also schon wieder so ein Kleiner gegen den Großen, ja, auch wenn das danach keine Moralpredigt gegeben hat. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu groß sagen soll. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass ausgerechnet Daniel Bryan so erst mal mit Big Cass fehlen muss, so als Übergang, vielleicht bevor The Mist mit Daniel Bryan weitermachen darf, aber der Kampf an sich war da. Ich fand, Big Cass wirkte trotz Daniel Bryans Unterstützung und allem drum und dran ein bisschen überfordert. Er wirkte irgendwie ein bisschen nervös auf mich und ich fand das Ende ein bisschen zu plötzlich, also weil es eigentlich keinen richtigen Setup dafür gegeben hat, warum Daniel Bryan, also klar, warum er ihn in Yes-Lock nimmt, weil er gewinnen will, logischerweise, aber es gab keine Vorbereitung auf diese ganze Geschichte und dass dann Big Cass, obwohl er halt eben seven feet tall ist, dass er dann sofort austappt, hat mich überrascht. Ansonsten fällt das auch wieder in dieselbe Kategorie wie Randy Orton gegen Jeff Hardy. Das ist ein Kampf, den habe ich gesehen und habe ihn wieder vergessen. Das Wichtigste ist wahrscheinlich dann auch die Attacke dann eben nach dem Match von Big Cass gegen Daniel Bryan, was wiederum darauf hindeutet, dass der Kampf eben, also dass diese Fede noch weitergeht. Ulrich. Ja, das kann man, du nimmst mir die Worte aus dem Mund sozusagen. Tut mir leid. Das ist, ich fand das Match ziemlich unprickelnd, weil Bryan, so gut er ist, er braucht, er kann ein Match nicht ohne eine zweite Person vernünftig machen und Cass, ich habe Cass am Anfang mit N sozusagen, ich fand es sehr erfrischend, auch das hat sich natürlich sehr schnell abgenutzt. Als Einzelwrestler weiß ich nicht, da fehlt einfach zu viel. Ich meine, der war ja, zu NXT-Zeiten habe ich den glaube ich immer nur im Tag Team gesehen und auch danach ja auch. Der ist zu frisch und der bräuchte mehr Übung vorab, vielleicht ist er auch nur ein bisschen von seiner Verletzung her noch gehemmt, aber er wirkt irgendwie nicht, er weckt bei mir auch nicht den Eindruck, dass in ihm viel steckt, was noch kommen wird. Wobei sein Promo die Woche vorher, wo alle gesagt haben, er hat jetzt quasi Edge gechannelt, der war nicht schlecht. Das war gut. Aber da muss halt noch was folgen und hier hat er jetzt natürlich wieder keinen Promo, sondern einfach nur so und dann natürlich eben auch tatsächlich der Schluss, das war viel zu abrupt, dass der nach einer Mikrosekunde sofort tappt. Das können wir natürlich sagen, ein bisschen rumspinnen und sagen, das war, weil er hinten nach niederschlagen wollte und quasi in Sicherheit wiegen, aber trotzdem, der hat viel zu schnell ausgetappt dazu und das hinten nach verprügeln und wir haben gesagt, ach scheiße, jetzt geht es ja doch weiter. Vor allem, sie hatten glaube ich vor dem Match gesagt, dass in der Talkrunde nachher zu Gast sind The Mist und Daniel Bryan. Und dann denkst du, oh cool, da denken wir, oh das wird jetzt das Setup für die Ferie, auf die wir eigentlich alle wirklich warten und dann, das gibt ein cooles Rededuell und irgendwas und dann kommt dieser Niederschlag, da wird er hier verprügelt und irgendwann nach sagen sie, oh ja, Daniel Bryan kann jetzt übrigens doch nicht mehr, weil er ja verprügelt worden ist. Denk ich mir auch, Arschlöcher. Erst heiß machen und dann so abschocken. Ne, also, ne, mal gucken, wo das hinführt, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass Daniel Bryan hier jetzt schon verschenkt ist, weil die Feder mit Miss rennt nicht weg, die bleibt ja, die wird deswegen sicher immer noch gut und die kann ja im Hintergrund weiterschwelen, indem er jetzt missstichelt, was er gestern in der Nacht nicht gemacht hat, tatsächlich. Aber da war er anderweitig beschäftigt, quasi beim Reden, aber das ist irgendwo, es kann nicht bald genug rum sein, trotz allem, weil ich weiß nicht, was man mit Cass, ich finde auch, Cass wäre, ich bleibe dabei, als Bodyguard von jemand, also die Rolle von Drew McIntyre auf Raw gibt die Cass jetzt, wo er nicht so aktiv im Fokus steht, vielleicht funktioniert das, aber ich weiß es nicht, also jetzt momentan tue ich mir ein bisschen schwer damit und das, ja. Ja, also Big Cass zum Beispiel bei The Miss haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, das wäre eine Alternative, weil im Ring, da fehlt einfach noch was und wenn, ich sag mal so, wenn selbst ein Daniel Bryan aus dem kein richtig gutes Match rausholt, wer denn dann? so, also ich finde auch, Big Cass wirkte auf mich auch nicht so bedrohlich, wie er es sein möchte, so, also das ist halt auch das Problem, ich finde, er strahlt für so einen großen Mann zu wenig Dominanz aus und das, das ist wirklich was, was ich hier vermisse, ansonsten, ja, wie du schon gesagt hast, kann man hoffen, dass diese Fede schnell vorbeigeht, damit dann irgendwie Daniel Bryan wahlweise für The Miss oder vielleicht auch für eine World Title Fede irgendwie wieder frei ist, weil das ist eben eher so der Einstieg in die ganze Geschichte. Wobei eben auch, so wie ich vorhin Drew McIntyre auch sagte, der ja eigentlich von der Statur her, gut, der wirkt auch viel mehr wie irgendwie, wirkt Cass auch ein bisschen gut, das Gesicht, da kann er nichts für, da so ein bisschen, er schaut ein bisschen bübisch aus, finde ich, trotz Bart jetzt, aber der, der sollte ja vielleicht sowas wie ein Drew McIntyre sein, aber ich sehe es nicht, wie das gehen soll, da fehlt, da wirkt er irgendwie nicht genug. Drew McIntyre hat auch einfach viel mehr Badass in sich, glaube ich, ich glaube, der ist auch, ist der noch, der ist, aber vor allem, Drew McIntyre ist doch wahrscheinlich sogar ein bisschen kleiner. Drew McIntyre ist ein ganzes Stück kleiner. Der ist auch riesig, muss man dazu sagen, aber der ist ein bisschen kleiner als Big Cass, ja. Aber der wirkt einfach viel mehr, obwohl er ja eigentlich kleiner ist, also irgendwo, vielleicht hat er einfach nicht, der kann auch, der kann auch böser gucken. Ja, der hat halt auch Cass Pech mit seiner Physis, dass er nicht so ein Oberkörpermuskelmann sein kann, ohne dass es schief geht, aber keine Ahnung, also jedenfalls schwierig, mir tut es auch ein bisschen leid für den, weil erst dann hat er mal eine Rolle, dann verletzt er sich und naja, aber mal schauen, wo es hingeht. Ja, werden wir mal sehen. Ja, ich kann da gar nicht so richtig viel zu sagen, ich weiß nicht genau, wie es da hingeht, also offensichtlich geht die Fede ja weiter, man werden auch Big Cass noch weiter, na nicht ertragen, ich glaube, so schlimm ist er jetzt auch nicht, aber werden die auf jeden Fall noch weiter sehen in irgendeiner Form, aber ich glaube halt eben nicht, dass man dieses Experiment mit ihm als Singleswrestler ewig lange durchziehen können wird, sondern ich glaube, man wird das halt probieren und man wird jetzt mal abwarten, ob er quasi schwimmen kann oder eben nicht und ich glaube halt eben auch, dass er vielleicht auch wirklich in der Gruppierung oder eben als was auch immer Faktotum in irgendeiner Form interessanter sein könnte als als Einzelwrestler. Ich glaube, dass er jemanden braucht, der ihn noch ein bisschen führt und bei dem er ein bisschen lernen kann sozusagen und das fehlt ihm noch. Wie du schon gesagt hast, er wirkt einfach noch ein bisschen grün, auch ein bisschen zu, ja, zu jung und ein bisschen zu blauäugig in vielen Geschichten auch. Mal gucken, wie er diese Promo, die er da mit bei The Mist da in der Talkshow gehalten hat, die war gut, also da war ich auch überrascht, der wirkte da auch ruhig und mit Selbstbewusstsein, aber das hat, hier in dem Kampf habe ich das nicht gesehen und dann war es eben auch noch das Problem, dass der Kampf viel zu schnell vorbei gewesen ist, ohne großen Aufbau. Das war ein bisschen schade und ich fand auch, dass Big Cass übrigens merkwürdig Aktionen verkauft hat. Gerade so die Kicks wirkten sehr merkwürdig, weil er ganz oft schon, bevor quasi der Kick angekommen war, schon eine Bewegung nach hinten gemacht hat. Das hat mir gar nicht gefallen, muss ich dazu sagen. Das ist vielleicht nur mir aufgefallen, aber ich fand das sehr merkwürdig aus. So, aber pro merkwürdig Aussehen, es geht weiter mit einem Match um die Smackdown Women's Championship zwischen der Championess Carmella und Charlotte Flair natürlich. So, und diesmal schenke ich mir die ein, natürlich darf Ulrich zuerst anfangen. Ja, ich finde Carmella als super Nervensäge, macht sie sich echt gut. Ich finde, so dieses Rumgetöne, sie auch da hinten nach in der Talkshow, wo sie 15 Millionen Mal sagt, I beat Charlotte Flair und dann ihren Moonwalk vor der Kamera, obwohl die anderen denken, schon weiterreden wollen. Also, ich finde, das funktioniert gut, dass sie im Ring relativ begrenzt ist, das kann man ja auch, das sieht ja auch jeder beim besten Willen, dass dieses Gequietsche und Gekreische passt jetzt gut in den Heal-Charakter rein, aber hier das Match, das Match war bitter. Also, das Match lässt bei mir den Glauben schwanken, dass Charlotte wirklich so gut ist, weil sie müsste, wenn sie so gut ist, wie man eigentlich denkt, dass sie es ist, dann müsste mit einer Carmella auch ein gutes Match liefern können. Das hat gefühlt fast an Arbeitsverweigerung gegrenzt. Ich hatte den Eindruck, die hat keine Lust, die muss jetzt halt da sein. Der Schluss war natürlich ganz besonders schlimm, weil, oh, sie macht einen Mundsatz und sie landet blitzsauber, aber das Knie ist jetzt also kaputt, so so. Und dann lässt sie sich einrollen und wehrt sich kein bisschen. Ja, als wenn sie ausgenockt wäre in dem Moment. Und liegt einfach da und ist wie ein nasser Sack, oh, ich hab jetzt verloren. Dumm das. Huch, na gut. Ander, ich hab ja im Netz, gibt's oft so, vor ein paar Wochen hat sie noch Asuka besiegt, groß, und jetzt verliert sie gegen eine Carmella. Auch da finde ich auch, das wäre jetzt ein Match gewesen, also dass Carmella einen sauberen, glatten Sieg kriegt, das ist schön für sie, aber es wirkt ja komisch. Vor allem, weil sie ja auch eine Allianz mit den Iconics offensichtlich hat, irgendwo. Die verstehen sich ja ganz prima. Die Iconics waren ja in der, das war das Beste in der Pre-Show auch noch, die haben, sind ja mal aufgeschlagen, haben dann in ihrem furchtbar fiesen einen australischen Akzent genäselt und haben dann Peter Rosenberg verarscht. Das war gut. Da, also da hätte ich mal gewünscht, dass die am Ring irgendwie auftauchen und diesem Match halt ein bisschen eine Note geben, weil einfach was so ohne Interference passiert ist, war einfach bitter irgendwo. Also es war jetzt nicht super furchtbar schlecht, aber es war halt einfach dahingespult, eine Carmella möchte sicher mehr, kann es aber vielleicht nicht und eine Charlotte kann mehr und wollte scheinbar nicht. So hat es sich für mich angefühlt. Das war ganz ein komisches Match. Ja, also ich wusste auch nicht genau, wie man hier die beiden positionieren möchte. Also ich hatte, auf der einen Seite hatte ich das Problem, hatte ich den Eindruck, man wollte Carmella nicht zu schlecht aussehen lassen gegen eine körperlich überlegene, das darf man auch nicht vergessen, gegen eine körperlich sehr, sehr überlegene Herausforderin mit Charlotte Flair. Auf der anderen Seite wollte man aber auch Charlotte halt eben nicht zu schlecht aussehen lassen und heraus kam dann so eine ganz komische Geschichte, wo dann eben eigentlich 80 Prozent des Matches nur aus Headlocks und irgendwelchen anderen Geschichten bestand. Also das war sicherlich, also wrestlerisch war das nicht viel, um es mal so ganz klar auszudrücken. Das war kein gutes Match, das war, ja, Arbeitsverweigerung finde ich ein bisschen hart, aber es war halt eben nicht wirklich unterhaltsam. Ich fand wirklich am unterhaltsamsten, da noch zu beobachten, wie Carmella jetzt ihren Charakter versucht darzustellen und das finde ich hat sie gut gemacht. Wrestlerisch war das Ding, boah, keine Ahnung, also nicht der Rede wert, ist hier noch untertrieben, also das war nicht gut. Das war von der Matchstory her nicht besonders aufregend. Ich finde, das hat, wie du schon gesagt hast, Charlotte auch irgendwie geschadet, weil sie halt eben irgendwie dadurch, ja, dieser Sieg, dieser absolut großartige Sieg gegen Asuka wurde dadurch eigentlich entwertet natürlich, ne, und ich hab keine Ahnung, was man damit bezwecken will, also klar versucht man natürlich irgendwie ne, ne Carmella irgendwie da jetzt offensichtlich so ein bisschen zu etablieren. Ich hätte aber auch eher einen Eingreifen von den Iconics erwartet, um hier ja sowohl Carmella zu unterstützen als auch um Charlotte ein bisschen zu schützen und so war das eben, dieses, dieses Finish war totaler Blödsinn, also, und Charlotte hat schon ganz, ganz andere Sachen eingesteckt, ne, also ich meine, die war in Hell in a Cell und ich weiß nicht was und hat die größten Wrestlerinnen besiegt und ist nun mal der Nummer eins Women's Star bei WWE und wird sicherlich auch einer der ganz, ganz großen Stars bei WWE, jetzt geschlechterübergreifend, aber insgesamt war das ja eben, das war nix. Ja, vor allem eben der letzte Moment lässt halt den ganz Faden geschmackübig, dass er sich, wenn sie wenigstens gezappelt hätte oder halt irgendwas, ich meine, dann kann das einen Überraschungseinrollen und pinnen, die sind ja meistens so diese Überraschungsrollups, wo dann jemand verliert, die sind ja alle oft nicht, die sind ja oft nicht so wirklich glaubwürdig, aber wenigstens wird es dann einigermaßen versucht zu verkaufen, uh, ich bin überrascht worden, aber, aber die liegt halt einfach wehrlos da und lässt über sich ja gehen, so an, von so einer zweikopfkleineren Person aufgerollt zu werden, weil sie ja das Knie vorher anscheinend wehgetan hat, was, also gut, sie hat dann ja hinten nach die Knie schon runtergerollt und wenigstens ein bisschen so vermittelt, es könnte ja vielleicht sogar wirklich was gewesen sein, aber war es ja wohl nicht, aber, na, also das, das war ärgerlich. ich habe nichts dagegen, dass Carmella noch Champion ist oder Championess, vor allem, wenn sie die Iconics mehr einbinden, was halt hier eben nicht passiert ist, deswegen, ach, alles komisch, fügt sich halt zusammen, also die zwei Frauenmatches waren beide leider, das beste Frauenmatch war in der Pre-Show, das ist halt auch schon mal bitter irgendwo, und die zwei waren halt einfach, ja, schlecht gemacht, nicht unbedingt, so insgesamt, ja, auch vom Plan her einfach, aber das ist ja auch, das hat sich ja durch den Tag gezogen quasi. Ja, also das war insgesamt halt eben und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt war mir dieser Event eigentlich auch schon relativ egal, also man merkt das vielleicht, ich bin ja sonst auch mal gern, gerade wenn die Events richtig schlecht sind, also man erinnere an WrestleMania, bin ich ja dann gerne mal emotional, ab diesem Punkt war mir der Event eigentlich schon fast egal, weil mich diese drei Matches, die wir jetzt hintereinander gesehen haben, die haben mich so ein bisschen eingeschläfert, und ich hab ja dann auch gesagt, ich bin ja irgendwie dann so zwischendurch auch mal eingenickt und so, und das ist auch kein Wunder eigentlich, weil da ist jetzt, da war emotional nix dabei, was mich in irgendeiner Weise berührt hätte, und man hat mit keiner Geschichte auch nur ansatzweise es geschafft, mich in den Bann zu ziehen, es wurden keine Charaktere irgendwie gefestigt, also klar, eine Carmella, da hat man so ein bisschen gesehen, so, ah ja, da möchte man hin, das fand ich auch wiederum gut, aber alles andere war halt einfach so, also, so, so weißes Rauschen, also das war alles einfach da, das hat mir jetzt auch nicht wehgetan, muss ich dazu sagen, also ich finde, ich hab schon deutlich schlimmere Matches gesehen, als das, was jetzt hier gewesen ist, aber es war einfach sowas von nebensächlich, dass ich mir halt denke, warum habt ihr diesen Event überhaupt veranstaltet, wenn das einfach nur so ein dahingeschluderter 0815-Kram ist, ne, also, wenn ich da in der Halle gewesen wäre, ich wäre da wahrscheinlich auch irgendwann richtig angepisst gewesen und hätte da irgendwie Terror gemacht, wenn ich, keine Ahnung, 50, 100 oder wie viel Dollar auch immer für ein Ticket ausgegeben hätte, also, ne, ab dem Zeitpunkt war, hab ich mir bei dem Event schon gedacht so, okay, jetzt warten wir, was noch kommt, und dann kam eben AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura, und da war bei mir auch dann gefühlt die Luft raus, weil man wirklich sich denkt, ihr könnt doch nicht ernsthaft, gut, das letzte Smackdown-Match, das ist jetzt nicht so wild, aber das eine, das Match um den größten Titel, den ihr habt, der aktiv verteidigt wird, sag ich jetzt mal, das kommt jetzt, und danach kommen noch zwei Wegwerf-Matches, die völlig irrelevant sind, und das ist, und das Main-Event ist dann tatsächlich Roman Reigns, gut, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber das, ihr habt ein Titel-Match in der Show, und das ist das dritte, drittletzte, nicht das letzte, nicht mal, also, das war, da denken wir sich, okay, was soll's, so ungefähr. Ja, ich hab's mir dann nach dem Kampf, also nach AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura, damit erklärt, dass man den Pay-Per-View nicht mit einem doppelten Tritt in die Eier enden lassen wollte. Naja, schlechter hat er auch nicht geendet, wie das, wie es auch, also, ich fände, das hätten, äh, also, das wäre ein komisches Ende gewesen, aber sicher auch nicht komischer, wie das, was wir hatten, also, damit hätte man schon leben können, glaube ich. Ich glaube, die Leute wären auch zufriedener gewesen, auch wenn das, das Ende des Matches, ich finde es eigentlich auch ganz witzig, es ist bloß der falsche Zeitpunkt dafür. Ja, das hätte man letzte Woche machen sollen zum Beispiel, da hätte es eher gepasst. Ja, aber du meinst, äh, man hätte lieber den Event mit einem bildlichen Tritt in die Eier enden lassen sollen, anstatt mit einem metaphorischen? Ja, ganz, ganz, ganz sicher, weil, ja, es war wenigstens, ich meine, es war konsequent, es ist natürlich auch, ein No-Disqualification-Match zu machen, wo dann ein Double-Countdown passiert, äh, ist ja auch irgendwie absurd, aber, ein bisschen, aber, warum auch nicht, also, wie gesagt, es war irgendwie in sich schlüssig, dass sie sich gegenseitig in die Eier treten, und dann natürlich, ich muss auch sagen, gutes Timing, wenn da einer ein bisschen zu früh durchzogen hätte, dann hätte es ein bisschen dumm ausschauen können. Die Frage ist auch, ob es nicht doch tatsächlich ein bisschen wirklich wehtut, weil, egal wie gut man da unten abpolstert, äh, wenn man im Eifer des Gefechts könnte, das dann, gerade mit den Füßen auch noch, und nicht mit den Armen, da ist es doch ein bisschen gefährlicher. Ich glaube, angenehm ist das nicht, was man so, ansonsten, muss ich aber sagen, dass der Kampf an sich, der war gut, also, der hat mich mitgenommen, ich fand, der, das war jetzt aus der Trilogie, wie ich fand, von der Härte her, und von der Dramaturgie, der beste. Wir hatten noch diese, ja, etwas verunglückte Stuhlaktion, ne, also wo, Oh ja, das war natürlich fies, also, das war natürlich dummer Zufall, aber, wenn dir natürlich ein Stuhl ins Gesicht fliegt, ungeplant, dann blutet man halt auch mal ein bisschen. Genau, also, da hat dann eben, ja, Shinsuke Nakamura wollte den Kinshasa zeigen, AJ Styles warf ihm einem Stuhl entgegen, und so ist dann letztlich, äh, Nakamura eben den Stuhl trat, und dieser flog dann blöderweise, AJ Styles zurück ins Gesicht, und der hatte auch eine ziemlich fiese Platzwunde unterhalb, ja so am Wangenknochen. Also er hat schon noch einiger Glück gehabt, wenn das Ding ins Auge gegangen wäre, wer weiß, was da noch hätte schief gehen können, aber so ging's noch, aber so in dem Moment, denke ich mir, au, ouch, ja, also er hat schon gut eingeschickt. Ja, ansonsten finde ich, war das echt ein, das war ein, das war ein gutes Match, das war jetzt, ich glaube, das ist noch immer nicht das Maximum, was die beiden gegeneinander zeigen können, aber ich finde, man schafft es hier zumindest, dass du den Eindruck hast, dass es nach oben geht, also es ist ja, das WrestleMania-Match war ja eine Enttäuschung, machen wir uns da nichts vor, das war okay, aber von den beiden erwarten wir mehr und gerade wenn es als Dream-Match proklamiert worden ist, will man halt eben nicht so ein Cliffhanger-Ding, das Match beim Greatest Rumble war, fand ich, einen minimalen Tacken besser und ich fand, das war jetzt wieder ein bisschen mehr und ich hoffe einfach, dass man dann vielleicht, ich weiß nicht, wie lange man die Fede noch zieht, aber eventuell dann beim SummerSlam oder wie auch immer, dass man dann nochmal richtig Gas gibt, also falls man das bis zum August ziehen möchte, weiß man ja genau. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, also ich hab ja, ich bin ja, wer zuhört, weiß es ja wohl inzwischen auswendig, dass ich Nakamura nicht allzu viel abgewinnen kann, es ist einfach immer noch so, als Heel, da passt es wenigstens besser zusammen, seine ganzen Manierismen und sein Gedöns, was ich nicht mag, jetzt darf ich ihn ja wenigstens offiziell nicht mögen, und sein Auftreten als No-Speak-English-Arschloch, das funktioniert ganz gut, aber ab und zu denke ich mir immer, ich sollte jetzt mal vielleicht mich nochmal hinhocken und sein Debüt-Match gegen Sami Zayn anschauen, wo ich ja immer wieder mal liese, das war das Beste, was ich in der WWE hatte, aber dann denke ich mir immer, ich kann mal eine halbe Stunde in der Nase bohren und fühle mich wahrscheinlich dann auch nicht schlechter. Also irgendwann mache ich es wahrscheinlich tatsächlich mal aus lauter Verzweiflung, damit ich mich bestätigt fühlen kann, dass ich ihn eigentlich nicht mögen muss, aber ich weiß nicht, mir fehlt einfach ein bisschen was. Das ist ja okay. Ja, also ich finde es halt ärgerlich. Der ist ja auch sehr speziell, ich kann das auch nachvollziehen. Ja, mich ärgert es halt ein bisschen, weil ich ihn ja eigentlich gut finden sollen müssen, Tete so gefühlt, aber ich tue es halt einfach nicht. Und dann, naja, und AJ Styles würde ich halt gerne gegen einen Haufen anderer Leute lieber sehen, wo ich davon ausgehe, dass mir die Matches besser gefallen. Ich habe immer so vage im Kopf, seine Matches, die er gegen Roman Reigns hatte vor eineinhalb Jahren oder wann das war, dass die echt toll waren. Und da war Roman Reigns mit dran beteiligt. Also ergo waren es sehr, sehr gute Matches, sonst könnte es gar nicht gut gefunden haben. So irgendwie die negative Wolke hätte es ausgecancelt so ungefähr. Aber na, ja, es geht halt weiter. Also ich fand den Schluss jetzt, irgendwo hat er gepasst zum Ganzen. Aber man hat natürlich das Gefühl, dass man ist hier bei einer Übergangsshow so ein bisschen. Also da wurde viel Cliffhanger, Cliffhanger-Rei betrieben in irgendeiner Form. Und das war hier eben auch der Fall. Und das finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, dass man eigentlich so den Pay-Per-View benutzt, um eigentlich nur noch weitere Geschichten zu, oder nicht mal Geschichten, das sind ja nicht mal richtige Geschichten, die erzählt werden, sondern einfach quasi diese Match-Serie noch ein bisschen zu verlängern, die da jetzt ohnehin schon stattgefunden hat. Also, ich weiß nicht, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich bin auch momentan nicht 100% überzeugt von AJ Styles. Das liegt nicht daran, dass er im Ring schlecht abliefern würde, in irgendeiner Form, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, sein Charakter steht. Und das ist ein großes Problem. Ich sehe momentan nicht, warum ich AJ Styles außerhalb von, ja, der ist halt momentan der beste Worker bei WWE, warum ich den gut finden soll. Und ich fand ihn auch, du hast es gerade schon angesprochen, in früheren Fäden bei WWE, deutlich, deutlich unterhaltsamer. Und er hat mich deutlich mehr abgeholt. Ich finde auch, dass seine Promos nicht mehr so stark sind, ich meine, da kann er wahrscheinlich nichts für, weil die ja vorgegeben sind, aber sie sind einfach nicht mehr so stark, wie sie mal gerade zu seiner Zeit als Bösewicht gewesen sind. Und damit meine ich jetzt nicht, dieses typische, ja, als Böser fand ich ihn ja cool, als Guten mag ich nicht. Sondern ich finde generell, dass man mit dem AJ Styles Babyface-Charakter, den er jetzt ist, dass man damit nicht genau weiß, wo man hin will. Und deswegen positioniert man ihn zwar gegen einen, oder benutzt man ihn dazu, um einen Shinsuke Nakamura aufzubauen. Das funktioniert ja auch gut in der Kombination, gerade auch, weil ein Shinsuke das gut spielen kann. Aber davon profitiert momentan nur einer, und das ist Shinsuke Nakamura. Und AJ Styles steht. So. Ja. Und ansonsten, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also, ich fand den Kampf ordentlich, ich fand, das war mit Abstand der zweitbeste Kampf auf der Kart, was auch bei dieser Kart nicht so schwer ist, muss man dazu sagen. Und ja, der doppelte Tritt am Ende hat natürlich, wie du schon gesagt hast, absolut zur Geschichte gepasst. Das geht jetzt weiter. Ich kann damit leben. Sagen wir mal so, ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Zugleich fand ich es auch sehr unterhaltsam. Hat mich an South Park erinnert, so ein bisschen an den... Euro Shambo, ja. Ja, genau. Lass uns das ausramboen, wie es dann, glaube ich, auf Deutsch hieß. Das war schon witzig, auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, man hat das Match deswegen hierhin positioniert, weil man eben gesagt hat, so, wir wollen den Event nicht damit enden lassen. Aber dann frage ich mich so, warum klammert man sich dann an dieses Match so oder an dieses Finish so, wenn man dafür quasi einen Fan-Streik irgendwie in Kauf nimmt. Ja, vor allem war es ja vergeblich. Ich glaube, niemand hätte da gestreikt, aber nach dem Match in der Halle, ich habe nicht irgendwie den Eindruck gehabt, dass die Halle jetzt plötzlich platzt vor lauter Negativ-Vibes. Es kam zu ganz anderen Momenten. Nee, nee, ich meine, wenn jetzt dieser Kampf quasi als, dass man diesen Kampf quasi ja dahingesetzt hat und gar nicht flexibel gewesen ist, sondern stattdessen lieber einen Roman Reigns in Main Event gepackt hat. Nach dem Motto, ja, dann halten wir halt quasi an dem Finish fest und setzen halt eben einen Roman Reigns in dem Main Event und hoffen einfach, dass das Publikum das so frisst, so in dem Sinne, weißt du? Ja, also ich glaube nicht, dass es an dieser Stelle ist wegen dem Finish, sondern weil die das wenigstens Match am Schluss haben wollten, ganz offensichtlich. Aber dann hätten wir das wenigstens als vorletztes Match positionieren können. Wenigstens, weil das, was danach kam, war ja, ja, mei. Ja, wir haben noch Braun Strowman und Bobby Lashley gegen Kevin Owens und Sami Zayn und auch das war für mich kein Match, das war ein längeres Segment, ehrlich gesagt. Das war absolut vom In-Ring-Produkt her absolut nebensächlich, sondern es ging einfach nur darum, dass du nochmal so ein bisschen gezeigt hast, ja, wie Kevin Owens und Sami Zayn, wie, dass die sich nicht richtig grün sind und dass irgendwann jetzt auch der Split kommen wird, hoffe ich langsam mal. Also das zieht sich ja auch jetzt schon wie Kaugummi. Aber ich muss halt trotzdem sagen, ich mag deren Interaktionen miteinander und Braun und Lashley, also Braun, ich, ich kriege da ja, das ist ja wirklich meine Personalie, wo ich mich wirklich am meisten drüber aufregen kann, weil ich finde, dass Braun alle anderen Superstars bei WWE längst überholt hat, was Popularität angeht, das merkst du auch in den Reaktionen und der ist nun mal einfach, der ist dran, der ist dran, dass er eigentlich ins Titelgeschehen eingreifen muss und stattdessen muss er hier mit Bobby Lashley, der bis jetzt überhaupt noch nicht positioniert worden ist, der ist einfach nur da, so, da hat man doch nichts getan, dass man den mögen oder hassen muss und jetzt bei Raw, also ich glaube, du hast Raw noch nicht gesehen, oder Ulrich? Ich habe die Ergebnisse verfolgt, ja. Okay, aber da hat man jetzt ja mit so einem Face-to-Face-Interview mit Rainey Young hat man ja probiert, ja, ihn so als Mensch darzustellen und seine Vergangenheit und seine Beweggründe zu demonstrieren und auch da wieder, ich habe dann so die Mod bekommen, als er dann, da wurde halt auch eingegangen, dass er halt irgendwie aus dem Ringer Hintergrund hat, sein Vater war bei der Army und er hat ältere Schwestern, bla bla und dann wollte Rainey Young gerade die Abmoderation machen und dann sagt er so, nee, Moment, Moment, ich muss noch was sagen und man denkt jetzt irgendwie, hey, jetzt kommt irgendwas Cooles oder irgendwas Spannendes und dann kommt einfach nur, dass er seine Schwestern liebt und sagt er in die Kamera, da gibt es ein Close-Up von seinem Gesicht und er sagt, ich habe den Namen vergessen, Schwestern, ich liebe euch. Und ich habe mir gedacht, Leute, mal ganz im Ernst, das ist all das, was ihr mit diesem Sit-Down-Interview hier bewegen wollt und ich muss jetzt, das ist die Botschaft an mich, dass ich muss jetzt Bobby Lashley gut und charismatisch finden, weil er seine Schwestern liebt. Also, ich weiß nicht, das ist doch viel zu uninteressant. Also, das ist doch so eine 0815-Botschaft, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass das den Charakter für irgendjemand interessant macht und vor allem kommt dann dieser Typ dann in den Ring, der, der seine, der der Zerstörer sein soll, aber seine Schwestern liebt. Finde ich total dufte, den Typen. Ich weiß auch nicht, also, das ist, das ist höchst suspekt, was man da mit zu bezwecken versucht und so baut man halt keinen glaubwürdigen Charakter auf und ich finde ihn momentan stinkelangweilig, sage ich dir ganz ehrlich. Also, wie siehst du hier die, ja, diese drei Personalien? Ich finde, also, ich fange mal noch mit was anderem an, was mich an der ganzen Sache geärgert hat. Wir haben hier also einen dreieinhalb Stunden Pay-Per-View, wir haben ja eine halbe Stunde überzogen, wie dieses Match losging, da waren wir, glaube ich, schon in der Überzugszeit. Bin mir nicht mal ganz sicher, das ist, ja doch, ungefähr. Ja doch, da war es eigentlich schon rum, da ging das, dieses Match erst los, quasi. Das ist das einzige Tag-Team-Match auf der ganzen Card. Es ist ja nicht mal wirklich ein Tag-Team-Match, das war eben, wie Olaf sagt, mehr eine verkappte Personality-Show mit ein bisschen In-Ring-Action und dann haben wir hier ein Tag-Team, was kein Team ist, nämlich Braun und Leslie und ein Tag-Team, was zwar als Tag-Team fungiert, aber eigentlich mehr so eine wie soll ich sagen, eine Kooperation aus anderen Gründen ist und kein richtiges Tag-Team. Die werden sich eben irgendwann splitten. Ich bin allerdings der Meinung, ich würde sie gerne noch länger sehen, aber in einer vernünftigen Form. Das ganze Gedöns mit Shane und Daniel Bryan, das hat die nicht wirklich weitergebracht. Das war auch ja offensichtlich nicht für sie als Fokus, sondern für die anderen beiden. Und ich finde jetzt dieses Hin und Her, wir mögen uns ja eigentlich doch, aber nicht wirklich und lieber haue ich ab und lasse den anderen Ring zurück. Gut, das ist dadurch leider schon zu sehr abgenutzt, aber es wurde viel zu wenig sinnvoll ausgenutzt, finde ich. Aber gut, also wir haben hier zwei Tag-Teams, die keine wirklichen Tag-Teams sind. Bei Raw und SmackDown, selbst wenn man die Call-Ups jetzt außen vor lässt, Vanity sind und dann mal da. Es gibt so viele richtig gute Tag-Teams und dann ist ja auf dieser Show nicht ein einziges richtiges Tag-Match. Wir haben zwei Titel-Matches, die denkbar wären. Wobei ich schon wieder vergessen habe, wer ist, naja gut, Wyatt und Hardy gegen irgendjemand, das muss ich auch nicht zwingend haben, gebe ich ja zu. Aber es gibt so viele und auch die Bludgeon Brothers, die langweilen mich persönlich, aber es gibt eben, stell New Day in den Ring oder New Day gegen Fashion Police von mir aus. Gut, die haben wenigstens, die durften wir ja wenigstens überhaupt sehen. Die waren ja wenigstens überhaupt da, in der Konga-Line. Und dann hast du ein Seamus Cisado, du hast die Usos, du hast, ja gut, die AOP sind vielleicht noch ein bisschen zu frisch, da kann man ja streiten. Du hast Drew McIntyre, Dolph Ziggler, die als Team quasi jetzt ja Sinn ergeben, hat man ja gesehen jetzt bei Raw dann offenbar. Also so viel... Revival hast du auch noch. Revival natürlich. Die Good Brothers von mir aus auch noch. Wer halt auch immer. So viele gute Sachen und die bleiben einfach komplett außen vor. Dafür kriegen wir ein Jux-Tag-Team, wo für den Arsch ist. Ja, ich fand das Match, dieses Match in Anfangszeichen war auch, es war völlig überflüssig. Ich finde, es hat Owens und Zayn nicht weitergebracht, kein bisschen. Ich finde, die sind da ein bisschen verbraten worden. also die müssten beide so viel mehr kriegen können. Aber wenn es nach mir geht, bitte nicht wieder eine Fede gegeneinander. So gut die auch ist, aber ich habe sie schon 20 Mal gesehen inzwischen. Und dann habe ich hier, Braun ist aus Teflon, an dem prallt jeder Scheiß ab, gefühlt. Der ist so over. Dem verzeiht man, dass er als Nikolas Partner dabei war. Sagt, mein Gott, musste sein. Und auch hier, er kam da raus und er kam besser weg, ein Bobby Lashley. Ich habe mir auch gedacht, ich habe seine Glanzzeit in der WWE nicht verfolgt aktiv, sofern es die denn gab, ich bin mir nicht so ganz sicher. seine TNA-Impact-Zeiten auch gar nicht. Ich weiß, dass der eine große Rolle spielt, dass er jemand Wichtiges sein soll und auch, dass er in MMA offensichtlich sehr erfolgreich ist. Er hat wie viel? Zwei Niederlagen gleich und 15 Siegeln, das ist ja doch ziemlich viel. Aber der kommt da raus, er ist nichts. Da steht ein großer, schwarzer Typ mit einem blöden Stirnband. Sein Stirnband finde ich total doof. Er hat, er zeigt im Ring nichts, was besonders ist. Er hat so einen Suplex, mit dem er Kerstbeiner umbracht hätte vor der Woche. Also er hat einen super gefährlichen Suplex, aber weil er dann halt verbockt hat, weil da hat man ja, also in Saudi-Arab hast du echt gemeint, oh, Kerstin hat es jetzt zerlegt. Also er hat ja da wahrscheinlich richtig und hier gut, dann stemmt er halt, wen hat er hochgestemmt? Kevin Owens oder? Kevin Owens hat er hochgestemmt, auch da hat er gekämpft. Ja gut, Kevin Owens ist ja auch ein Brocken, das ist natürlich klar, aber es ist auch nicht spektakulär oder faszinierend oder uh, und vor allem, wenn man neben Braun stellt, der Krankenwagen umwirft, dann ist es eh nicht mehr so spannend. Also ich finde diese ganze, diese Paarung, diese Aktion, die hat einem Braun nichts geholfen, bei dem ist es wurscht, aber der hat, einem Leslie hat es geschadet. Ich sehe überhaupt nicht, was ich, wieso der mich interessieren soll. Und wenn du sagst, das Interview dann, er erinnert mich ein bisschen an das letzte Comeback von Batista, der ja auch irgendwie gefühlt am Anfang massiv fehlplatziert wurde und dann natürlich in das Drama beim Rumble mit reingeraten ist und demnach halt quasi verbrannt war schon für den Rest seiner Zeit, wo er dann noch da war. Und hier bei dem Leslie, nö, ich meine, das Problem ist halt, ich fühle, das Problem ist ein bisschen, dass ja einfach oben jemand fehlt. Würden die den Championship-Belt unter sich auskämpfen, dann wäre es vielleicht alles ein bisschen interessanter, aber der ist halt leider drei Monate im Urlaub und demnach eiern die Leute halt, drehen sich im Kreis. also, nee, also dieses Match war überflüssig, hätten wir mir, von mir aus hätten wir auch einen Squash von den Bludgeon Brothers neigesteckt, das hätte mehr gebracht. Ja, es, ich glaube, wir haben dazu alles gesagt. Also, das war, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, warum es da war, aber es war halt da und es war überflüssig und ich glaube, da können wir auch einfach einen Deckel drauf machen, weil wir können es jetzt noch so oft darüber aufregen. Es hat keinen weitergebracht von den vier Akteuren hier, eine Braun ist weiterhin over wie Bolle, was man mit Bobby Lashley machen will, weiß ich nicht und Kevin Owens und Sammy Zane werden über kurz oder lang wieder aufeinandertreffen. So, das ist die ganze Geschichte. Warum wir dafür jetzt hier ein Tag Team Match brauchen, weiß ich nicht, aber im Endeffekt hat es niemanden weitergebracht. Ja, ich glaube, niemanden weitergebracht hat auch der Main Event, ne, da traf nämlich dann Samoa Joe auf Roman Reigns, Samoa Joe inzwischen bei SmackDown, Roman Reigns weiterhin bei Raw. Allein deswegen, weil diese ganze Fede ja schon total blödsinnig, also, weil die sind durch diesen Roster-Split beziehungsweise durch den Shake-Up, weil die auf einmal bei verschiedenen Brands gewesen sind und man hat die ganze Zeit so das Gefühl gehabt, ja, okay, jetzt treffen sie halt nochmal aufeinander, weil man hat sich das vor zwei Wochen irgendwie überlegt und jetzt ist es halt so. Aber das war ja auch, das war ja weder ein Dream-Match noch irgendwie ein echtes Match, wo halt irgendwie Dramatik aufgekommen ist, sondern man hat einfach nur das Gefühl gehabt, so, ja gut, jetzt muss man eben einen Übergangsgegner finden für einen Roman Reigns, bis eben ein Brock Lesnar von seiner Insel oder von seiner Farm wieder zurückgekehrt ist und weil es ihm langweilig geworden ist oder welche Hamptons. Ja, aber das Schlimme ist ja auch, warum? Warum? Hätten sie einfach, gut, bei WrestleMania, das Match war scheiße, der Sieger hat keinem gepasst, gut, aber dann ist halt WrestleMania was für sich, muss halt sein, aber dann hätte man halt doch in Saudi-Arabien gesagt, so, jetzt, jetzt ziehen wir den Hebel, jetzt gewinnt halt doch Roman. Irgendwann muss er ja gewinnen, wir wissen es ja alle und dann gewinnt er halt. Ich meine, dann, sie hätten ja jetzt, jetzt ist er halt der ungekrönte Champion, weil sie das Finish verbockt haben mit der Regel und allem, weil übrigens hier ja auch, stimmt, in dem Tag-Team war ja auch, dass am Schluss gar nicht die legalen, die Legal-Partners im Ring waren, das ist auch ganz, aber gut, hat ja eh keinen interessiert, aber, also hätten wir, wäre jetzt Roman Reigns der Champion, dann, ich meine, Brock ist die nächsten drei Monate weg, wenn es stört, dann wäre der Gürtel im Spiel, dann wären ganz viele Sachen plötzlich interessanter und das Publikum könnte sich halt damit abfinden, dass es jetzt endlich passiert ist, aber alles, was jetzt abläuft, hilft Roman gar nichts, weder im Standing noch sonst irgendwas, das hat Joe null geholfen, hätte Joe hier gewonnen, hätte er jetzt, hätten wir ihn quasi gleich ins Titelrennen bei SmackDown reinstecken können, jetzt, weil jetzt kann man das ja nicht einmal, weil er hat ja gar kein Argument, der hat ja verloren und, ja, also eigentlich hätte man, wie gesagt, beim Greatest Roadrunner spätestens sagen müssen, okay, jetzt machen wir es halt, was wir sowieso machen wollen, jetzt machen wir es auch wirklich, endlich, oder halt, ja, aber so, boah, und das Match war halt auch nur einfach furchtbar. Ja, das fing, wie ich fand, eigentlich ganz gut an, mit einer guten Intensität und ist danach komplett abgeflacht einfach, also man kann es halt eben nicht anders sagen, viele Rest Holes und dann eben 0815 Roman Reigns Match und ich will da jetzt gar nicht so sehr auf Details eingehen, aber vielleicht, was, glaube ich, das Interessanteste an dem Match eigentlich ist, sind dann die Zuschauerreaktionen, also da gab es ja dann nicht nur Boring-Rufe und, äh, sondern es gab ja auch wirklich massiv viele Leute, die die Halle verlassen haben. Das haben sie auch nur gezeigt, das fand ich ja so kurios, dann sieht, da gibt es wirklich einen Umschnitt, wo man sieht, wie ein ganzes, ein ganzer Sektor quasi aufsteht und losrennt, in dem Moment, wo der Pinfall war, jetzt schnell weg so, aber was wollte man damit bezwecken? Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung, also, es ist auf jeden Fall halt eben schon ein deutliches Zeichen, dass die Leute einfach gar keinen Bock auf Roman Reigns haben und auch nicht auf diesen Main Event und das finde ich eben schon hart, weil letztlich gehst du jetzt zu einem Event, um Spaß zu haben und der wird dir dann dadurch eben verdorben. Also die Frage ist halt eben, muss man da mit einem anderen Mindset jetzt an den Event rangehen? Ich weiß es eben nicht, aber letztlich willst du ja unterhalten werden und wenn du dich von einem Produkt nicht unterhalten fühlst, dann hast du eben auch eigentlich die Freiheit, das zu verlassen und zu sagen, gut, dann habe ich halt eben das Geld ins Klo gespült. Ich finde, das ist ein großes Alarmzeichen eigentlich für WWE und ich hoffe, dass man darauf in irgendeiner Weise reagiert und Roman vielleicht einfach mal so ein bisschen aus dem Kreuzfeuer nimmt. Das habe ich jetzt auch von Dave Scherer gelesen, also Wrestling Journalisten, der auch gesagt hat, man muss jetzt Roman langsam ein bisschen schützen und man muss vielleicht auch mal überlegen, ob man dieses Experiment mit ihm wirklich bis zum bitteren Ende durchzieht, weil das geht irgendwann durchs Internet. Also ich habe auch das Video gesehen, das wird mit der Handykamera aufgenommen, wo halt die Leute dann wirklich in Strömen aus der Halle gegangen sind. Das spricht sich rum und das ist eine negative Publicity, die man eigentlich nicht haben will. Also Ulrich, wie siehst du hier die Reaktion? Weil ich glaube, das Match an sich ist auch wieder Nebensache und das ist auch, ja. Ich finde, ich finde, das Match ist, also nicht Nebensache, das Match hätte vieles retten können. Zumindest. Ich meine, die meisten Leute werden hier aus, sie mögen Roman Reigns nicht, da gehen wir mal davon aus, aber ich glaube, dass viele Leute gewillt sind, das Unvermeidliche zu akzeptieren, wenn man sie wenigstens einigermaßen schmackhaft serviert. Und dazu gehört halt, dass ein Roman Reigns nicht dauernd von Brock Ressler so rund gemacht wird wie ein Volltrottel, wie jetzt zweimal quasi passiert ist. Und dann dazu gehört auch, dass er nicht eine Viertelstunde lang von Joe, ja, einfach dominiert wird wieder und am Schluss gewinnt er dann superheldenhaft. Ich glaube, das stört. Wäre der Badass, der jetzt Joe einfach umgeschlagen hätte, sinngemäß, also nicht, will ich natürlich auch nicht unbedingt, aber er hätte in diesem Match aktiv gezeigt, er ist der Stärkere und nicht einfach bloß, er ist der, der einsteckt und am Schluss dann plötzlich seinen Punch auspackt. Äh. Ja. Und das, ich glaube, dann hätten die Leute das eher akzeptiert, dass er ja sowieso gewinnt. Und dann, aber so ist halt wieder, dieses Match war halt auch noch eben furchtbar lahmarschig, hat sich endlos angefühlt, nichts passiert und du watschst nur drauf quasi, bis er jetzt dann doch, äh, heldenhaft, äh, seine letzten Kraftreserven mobilisiert und dann irgendwie gerade nur so gewinnt. Das war auch so, war doch, war das bei WrestleMania, wo sie dann nach dem Abspann noch die zwei Minuten lang gezeigt haben, wie aus dem, aus dem Ring schreit? Das war auch, warum macht man das? Das ist der, der, mein, Brock hat ihn besiegt, ja, Brock war stärker, gut, und dann zeige ich quasi, wie er geprügelter Hund davon schleicht. Sollte das Sympathie wecken? Ich bin mir nicht sicher. Und, äh, nein, also das, das ist ein Fehler. Ich meine, wenn sie den als, als, als Nummer eins, wenn sie ihn nicht zum Heel machen wollen, dann müssen sie ihn wenigstens wirklich durchdrücken und nicht dieses Hin und Her geeier, was die letzten Monate, das ist ja auch unfair für den Mann. Er ist, ich meine, der kann ja nichts dafür irgendwo, habe ich den Eindruck. Wie es auch immer so schön heißt, der wird immer in die denkbar ungünstigste Situation gestellt mit den Matches, weil er es halt dann doch verliert, äh, weil halt Brock zu wichtig ist quasi. Hätte der Brock besiegt, wäre er jetzt Champion, ich glaube, alles wäre besser auf jeden Fall. Man würde es besser akzeptieren können und so denken, na, nicht schon wieder. Und, äh, der blockiert hier den, den Top-Spot in dem Pay-Per-View, obwohl uns das überhaupt nichts interessiert. Wenn der Gürtel dabei ist, dann ist es wenigstens automatisch legitimiert, ein Halbwegs. Aber, nee, also das, ich glaube, das ist das Problem und da hat dieses Match aktiv wieder mit Nye gespielt, weil es einfach so doof inszeniert war. Ja, natürlich. Also da, die ganze Main-Event-Riege bei, gerade bei Raw ist halt gerade, äh, extrem aufgeweicht in irgendeiner Form und man kann sich da sehr drüber ärgern und es, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich nicht nur die Personalie Roman Reigns, die natürlich, klar, ich meine, er selber kann nichts dafür, also ich habe auch nichts gegen den Wrestler Roman Reigns, weil das ist eigentlich ein guter, also der bringt eigentlich alles mit, was du haben musst, um ein großer Star zu sein und auch um von den Fans angenommen zu werden und das wurde er ja anfangs auch, also gehen wir ein paar Jahre zurück, da wurde er ja massiv bejubelt, äh, beim, beim Rumble, wo, wo, wo er da unter den letzten, äh, gewesen ist, ne, gegen Triple H war das, glaube ich, damals und, und solche Sachen, also das, das ist ja nun mal so, aber die Art und Weise, wie er eben dargestellt wird, ähm, und wie man ihn eben da positioniert, das ist einfach das, was den Leuten übel aufstößt, weil die Leute wollen ganz offensichtlich nicht, also zumindest die Erwachsenen wollen ganz offensichtlich keinen Roman Reigns an der Spitze sehen, sondern die wollen dann lieber einen Braun Strowman sehen, zum Beispiel, und ich finde, da muss auch WWE irgendwann mal darauf hören, weil ansonsten geht diese ganze Geschichte in eine ganz, ganz gefährliche Richtung, ich weiß nicht genau, wohin diese gefährliche Richtung führt, aber ich glaube, dass, ähm, dass man da langfristig irgendwie was machen muss, weil man damit eine ganze, äh, ja, Zielgruppe quasi vergrätzt, und hinzu kommt diese ganze Geschichte um den Universal Title natürlich, und dann Brock Lesnar, der nur alle Jubeljahre mal da ist, auch wenn er dann eine Attraktion ist, wenn er da ist, das ist eben auch was, was den Leuten, äh, übel aufstößt, und die beiden in Kombination sind absolutes Gift momentan für das Klima zwischen Fans und WWE, und das sollte eigentlich nicht sein, also, das ist ja so das Besondere beim Wrestling eigentlich, dass ja Fans und Wrestling Promotions und Wrestler, die, die verbindet ja was, und das ist diese gemeinsame Leidenschaft für etwas, und auch dieses miteinander Interagieren, aber das passiert an dieser Stelle nicht, und das ist absolut grauenhaft, einfach, und das macht für viele das Produkt WWE momentan absolut unausstehlich, Chris hat momentan auch gesagt, ich kann mir das nicht anschauen, und der hat sich nochmal die Event angeguckt und meinte, das, das geht momentan nicht, ich kann das nicht ertragen, und er sagt auch, ich mache momentan eine WWE-Pause, weil ich diese Art und Weise, wie man mir hier die Charaktere und die Storylines verkauft, ähm, weil ich das nicht aushalte, weil ich fühle mich da, äh, von den Entscheidungen, die da für mich getroffen werden, ich fühle mich da beleidigt, und das kann ich zu einer gewissen Weise nachvollziehen, und ich muss auch ehrlich sagen, dass mir dieser Event überhaupt nicht gefallen hat, um jetzt mal so langsam zum Fazit zu überleiten, ähm, dass mir der zum einen nicht gefallen hat, weil der mich überhaupt nicht abgeholt hat, in keinster Weise mich emotionalisiert hat, was Wrestling eigentlich immer schafft, und deswegen liebe ich ja Wrestling so, weil es immer einen Moment gibt, wo ich sage, das ist geil, dieser einzige Moment, den es hier bei Backlash gab, wo ich wirklich drin war, war bei Finn Balor gegen The Miz, und da habe ich gesagt, geil, das ist genau das, was es ist. Also, dass es natürlich Seth Rollins war, aber okay. Was habe ich gesagt, Finn Balor habe ich gesagt. Ja, das war jetzt ein freudischer Versprecher, klar. Genau, und da war ich halt dann eben, da war ich dann eben drin, bei Seth Rollins gegen The Miz, so. Da war ich dann eben auch drin, und danach habe ich halt gemerkt, wie meine Motivationskurve, um mal diesen blöden Begriff aus unserer, äh, Branche, Ulrich, so ein bisschen zu benutzen, wie die massiv in den Keller gegangen ist, wo mir einfach dann irgendwann das ganze Ding egal war, und ich habe das Teil geschaut, wie eine ganz schlechte Soap, so nach dem Motto, eigentlich ist mir das gerade egal, ich lasse es laufen, weil es halt irgendwie da ist, aber das hat mich emotional nicht mehr berührt, und das finde ich extrem traurig, und ich hoffe, dass WWE da in naher Zukunft nochmal den Bogen kriegt, also, wie siehst du hier die ganze Geschichte so übergreifend? Ja, ich finde, ich habe, glaube ich, am Anfang mal gesagt, ich hoffe, dass das kein, kein Anzeichen, wie die, wie die Co-Branded-Pay-Per-Views jetzt alle ablaufen sollen, weil, es war eine Drei-Stunden-Show geplant, letztens dreieinhalb, man hat sich eh schon gewundert, warum sind es nicht vier, wenn es doch beide Brands sind, gut, Money in the Bank sind ja wohl wieder vier, das Problem wird dadurch eben massiver noch, wenn die Storylines nicht passen, was, ich meine, hier schiebt man das jetzt mal eben auf die genannte dichte Gruppierung der letzten Zeit, WrestleMania, Shake-Up und Saudi-Arabien und das gleich, aber ich habe ein bisschen Angst, dass die interessanten Sachen gerade bei den Pay-Per-Views wegfallen und interessant finde ich halt nicht unbedingt die großen Leute oben, die halt, hier sieht man ja, wie schnell schief gehen kann, eben die komplette Tag-Szene hat diesmal komplett gefehlt, die ganzen B-Leute waren halt eine Handvoll da, sag ich mal, das hat man auch noch, die ganzen Leute, die von NXT hochgekommen sind, die bei NXT so großartig waren, ich habe jetzt schon Angst, was dem armen Almas passieren wird, darf der überhaupt mal auftreten in so einem Pay-Per-View, also das sind Sachen, wo ich mir echt Sorgen mache, dass die Pay-Per-Views sich wirklich noch mehr, das hat man ja prognostiziert, noch mehr auf die großen Namen versteifen, wenn da dann halt die ein, zwei nicht funktionieren aus Bockigkeit der Oberen, die einem einen Roman Reigns schmackhaft machen wollen oder weil ihnen sonst nichts Besseres einfällt, dann mache ich mir auch Sorgen, also ich meine, Emotionen habe ich schon verspürt in der Nacht, so Frust, langweilig, Ärger, genervt sein, aber das darf eigentlich nicht sein, ich meine, ich habe ja dann geschaut, wenn ich jetzt, ich habe es, bevor mir aufgenommen, gesagt, ich habe geschaut, was bei Raw passiert ist, da war ja eigentlich nichts von Konsequenz, so wirklich viel, aber es hat sich einfach interessanter gelesen, da sehe ich halt auch andere Leute, nicht immer jedes Mal die gleichen drei, wo oben nichts passiert und da mache ich mir, das macht mir ein bisschen Sorgen. Mich wundert es halt auch, dass man es eigentlich nicht schafft, in irgendeiner Form wirklich attraktive Geschichten wirklich zu erzählen, also ich meine, ich habe es schon angesprochen, AJ Styles stagniert auf seine Art und Weise, Roman Reigns wollen wir gar nicht erst anfangen, wir haben diese ewig lange Fede mit, oder diese schwelende Fede mit Sammy Zane und Kevin Owens, Sasha und Bailey dümpeln da auch irgendwie hin, ich finde, dafür, dass man ja angeblich so viele Hollywood-Autoren da erwähnt in der Bühne hat, die Geschichten schreiben, ich weiß nicht, was die den ganzen Tag machen, also das ist wirklich mal so, also da ist doch keine, keine schlüssige Geschichte und die Charaktere entwickeln sich zu 80% nicht weiter, außer wenn jetzt mal gerade jemand hier geturnt ist wie ein Shinsuke Nakamura und dann muss der sich auch weiterentwickeln und bei dem hat man es ja auch geschafft, dass der wieder interessant dadurch geworden ist, aber wo sind denn wirklich mal die Geschichten, wo sind die Intrigen, wo ist das, was wir bei Wrestling so lieben, wenn wir einfach überrascht werden durch besondere Momente, die schafft man momentan nicht und ich weiß nicht genau, woran das liegt, am Personal kann es nicht liegen, weil die Leute, die da im Ring stehen, das ist de facto das beste Roster wrestlerisch, was es jemals gab, das ist das Problem ist, dass man nicht weiß, was man damit anfangen soll und dass die drei Viertel davon eine Pause bekommen haben quasi, weil halt eben die, ja, ein Finn Böller, was soll man mit dem schon anstellen und ach, so viele einfach, wo ich mir denke, mein Gott, ich meine, selbst ein Baron Corbin hätte mich jetzt hier mehr interessiert wie so einiges, was da abgelaufen ist und das ist schon bitter, wenn man das sagen muss, aber, naja. Ja, also muss ich das jetzt mal überlegen, dass man jetzt quasi nach WrestleMania, wenn man jetzt mal den Greatest Rumble so ein bisschen außen vor nimmt und das Rumble-Spektakel an sich, aber wir haben jetzt zwei Main-Events mit Roman Reigns in Folge gehabt und beide waren auch keine guten Matches. Also, klar, jetzt bei Money in the Bank haben wir dann halt eben einen Leitermatch in irgendeiner Form, das wird natürlich gut werden, aber man muss doch auch sehen, dass diese, wie gesagt, diese Interaktion zwischen Fans und den Wrestlern, wir haben mal gesagt, wir haben auch schon diverse Podcasts darüber gemacht, Fans können ein gutes Match zu einem sehr guten Match machen und sie können auch genauso ein schlechtes Match oder ein sehr gutes Match vielleicht sogar zerstören, wenn sie einfach keinen Bock drauf haben und hier ist es halt eben der Fall, dass einfach mal die Fans da drauf scheißen, weil sie einfach mit dem Produkt unzufrieden sind und deswegen kriegen wir jetzt erneut einfach so ein Event, wo wir wirklich dann mit dem metaphorischen Tritt in die Eier irgendwie nach Hause geschickt werden und du gehst dann da raus und denkst dir so, ja, das war nix, ne? Ich finde, mit dem richtigen Tritt in die Eier, das wäre immer noch das bessere Ende gewesen, aber gut, wir können es ja nicht mehr ändern, aber das ist, nein, also es ist alles, ja, es tippe mich ein bisschen, ich war auch motiviert eigentlich, ich habe mir zwar gedacht, eine Woche nach dem Royal Rumble schon wieder, aber eigentlich habe ich jetzt schon Bock und dann sitzt man so dran, wird auch nur angefeuert vom coolen ersten Match und dann geht es stetig bergab quasi und man denkt sich, oh Mann, und dann, ach, jetzt nur eine halbe Stunde überziehen, auch noch, warum denn, dann, ja, nur damit das Unvermeidliche passiert und halt auch eine schlechte, aber wie gesagt, das Unvermeidliche kann ja trotzdem noch interessant sein, ich sage mal, wenn Bayern München Meister wird, das wissen wir auch alle vorher schon, aber wenn die Spiele dazwischen wenigstens mal Spektakel sind, auch gut, aber wenn, das war jetzt wir hier quasi, ja, es war halt nix und ich meine, Joe wird es nicht allzu sehr schaden, das glaube ich, also dem wird es zumindest wenigstens nicht so sehr schaden, im Ansehen der Fans wahrscheinlich sowieso nicht, weil die ja, die Leute, die sich, ich sage mal, intensiver damit befassen, die denken sich ja ihren Teil dazu, die sagen nicht, der ist ein Versager, aber, naja, schade. Ja, genau, schade ist glaube ich das passende Abschlusswort für diesen, für diesen Podcast und für diesen Pay-Per-View, also Ulrich, wir machen wie immer unsere nicht ganz so ernst gemeinte Bananenwertung, 1 bis 8 Bananen, wie viel gibst du diesem Event? Äh, ich glaube, ich muss jetzt zwei sagen, weil das Roland Smith 1, dann der, der Promo von Elias ein halbes und eine halbe Reserve, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, ich habe schon schlimmere Sachen gesehen, aber ich habe sie verdrängt. Ja, irgendwie sowas, ich bin mal, ich bin mal großzügig und gebe zweieinhalb, weil ich mich trotzdem einfach so gern an den Opener zurückerinnere, weil der mir so gut gefallen hat, auch wenn ich gerade eben, was mir übrigens ziemlich häufig passiert, Seth Rollins und Finn Bella miteinander verwechselt habe. Nein, das war ein fantastisches Match, aber das rettet halt eben dann nicht die gesamte Card und der Rest ist eine Einöde an Unkreativität und sehr merkwürdige Entscheidungen, die hier getroffen werden und wir haben es gesehen, wozu das geführt hat, das hat dazu geführt, dass Leute die Halle verlassen haben, wir haben auch bei Raw gesehen, dass die Leute extrem unzufrieden gewesen sind, dass es wieder laute Buhrrufe gegeben hat, dass die Buhrrufe wieder runtergedreht worden sind. Das kann so nicht weitergehen und ich hoffe, dass WWE, wer auch immer da in der Gewalt ist, ich weiß nicht, ob das der gute Vince McMahon immer noch persönlich ist oder wie auch immer, aber ich hoffe, dass man, dass irgendjemand die Rufe aus dem Fanlager hört und dass es da eine Änderung gibt. Ich glaube, man kann guten Gewissens mutmaßen, dass es nicht Triple H ist, der Schuld ist, weil der macht einfach zu viel richtig in seinem sonstigen Leben, dass man nicht glauben kann, dass es ausgerechnet beim Flaggschiff so verbockt. Ja, also das Problem ist halt, man kann ja nicht in diese Firma irgendwie reinschauen und so, aber es ist momentan echt traurig, also man ist da wirklich so ein bisschen, ja, ne, was passiert da? Ich kann es halt nicht nachvollziehen, was da momentan abläuft. Ich hoffe, dass man da wieder die Kurve kriegt, also wir haben jetzt glaube ich schon seit zwei Jahren schon so ein bisschen am Motzen, wir haben hin und wieder mal wieder so ein Hoch gehabt, jetzt glaube ich, nach Backlash sind wir echt auf einem historischen Tiefpunkt angelangt, um es mal so zu sagen und ich will da gar nicht großartig motzen, weil wir haben ja gesagt, es war auch ein bisschen Gutes an diesem Pay-Per-View, aber insgesamt war das Ding einfach eine Enttäuschung. So, Punkt. Und damit machen wir auch einen Deckel hier drauf, würde ich sagen, oder Ulrich? Ja, können wir mal, ich könnte noch sagen, wenn Dean Ambrose wieder zurückkommt, wird alles super. Dann lacht er nach Irre und reißt das Mikro aus der Wand oder so. Wobei, der würde jetzt in seiner Wurstigkeit, mir ist alles egal, ganz gut dazu passen, so stimmungstechnisch. Ja, ich glaube momentan, aber wirfst einfach noch einen rein, mit dem man aktuell nicht genau weiß, was man anfangen soll, das ist auch wiederum dann die Frage. Wobei auch, einer der dramatischsten Momente des ganzen Pay-Per-View war natürlich auch die Vorschau auf die kommende Total Bellas-Staffel, Ja, ich habe auch ein Tränchen vergossen. Ja, wo dann dieses dramatische Gespräch im Schlafzimmer, so, du, ich glaube, das wird doch nichts mit uns. Das war hart. Das war wirklich emotionell und mitreißend und zumindest interessanter wie das halbe Pay-Per-View. Ach ja, naja, lasst euch den Spaß am Wrestling nicht verderben, sage ich da einfach mal. Wenn ihr trotzdem noch mehr von uns hören wollt, auch wenn wir heute ein bisschen negativer gewesen sind, als das sonst üblich ist. Am Wochenende geht es weiter mit dem großen Wochenend-Podcast, dann beschäftigen wir uns, also der Shaggy und ich, mit Wrestling international. Sprich, wir schauen mal, wie funktioniert Wrestling in einzelnen Ländern und was für Ligen gibt es. Wo kann man sich vielleicht auch nach Alternativen umschauen, wenn einen gerade das Hauptprodukt so ein bisschen annervt, also der Marktführer WWE. Was gibt es da noch? Was sind die Eigenheiten vielleicht auch bei den Fans und bei den Promotions? Darüber werden wir sprechen. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, patreon.com slash headlock.de Da gibt es inzwischen fast 50 Podcasts, glaube ich, sind inzwischen schon auf Halde, wenn ihr uns da mit 5 Dollar im Monat unterstützt, also 4 Euro und ein paar zerquetschte. Dafür habt ihr dann Zugriff auf das volle Archiv und auf das volle Arsenal. Da kommt dann auf jeden Fall immer den Sommer mit, glaube ich. Und ansonsten sage ich vielen Dank, Ulrich, für eine weitere Review hier bei uns und damit sage ich auch, macht's gut bis zum Wochenende. Bis dann, tschüss. Tschüss. Headlock Der Pro Wrestling Podcast Der Pro Wrestling Podcast Der Pro Wrestling Podcast est rail hooheir, aber news für J Christopher wir die ver-